Dann eine Frage zu Griffe, bei denen man was falsch machen kann oder Körperbereiche, bei denen man was falsch machen kann. Also wie sieht es damit aus? Ich meine, du hast ja gleich gesagt, dass im Wellness-Therapeut-Bereich, Wellness-Masseur-Bereich, du bestimmte Körperbereiche eben nur mit allergrößter Vorsicht anfassen darfst oder eben auch gar nicht anfassen darfst, weil eben dieser Begriff so definiert ist. Wie ist das jetzt für die Leute, die das nicht professionell machen, sondern tatsächlich zu Hause an ihrem Liebsten anbieten wollen oder was weiß ich, vielleicht jemanden haben aus der Familie, wo jemand sagt, oh, ich habe Rückenschmerzen oder ich habe Lendenwirbelbereichprobleme. Was würdest du sagen, wo ist bitte mit Vorsicht zu agieren und welche Bereiche sind frei, um da ein bisschen massieren zu können? Also Webelsäule ist an sich immer tabu. Also überhaupt, die Wirbelsäule an sich wird nie berührt. Also es wird immer während der Massage auch rechts und links davon, wird viel gearbeitet, aber auf der Wirbelsäule selber gar keinen Druck. Das kommt vom Hals her bis zum Lendenwirbel. Die ist an sich ein Tabubereich, weil eben auch sehr viele Nerven daran verbunden sind, wenn man da einmal falsch drückt oder mit zu viel Druck drangeht. Da besteht die Gefahr, dass was eingeklemmt wird, was verzerrt wird und dann hat man ein richtiges Problem. Ich als Wellness-Therapeut, aber auch im privaten Teil, ich denke, keine möchten seine Liebsten auf einmal rumhumpelt, weil ich den Nerv eingeklemmt habe oder irgendeine Reizung ausgelöst habe. Das Weitere ist Vorsicht zu genießen, wenn ich eben, wie schon gesagt, im Halswirbel arbeite. Auch wenn ich gesagt habe, man kann rechts und links davon arbeiten, da wird ja meistens auch mit einem Krallengriff eben gearbeitet, wo ich eben dann rechts und links davon langsam von unten nach oben ziehe. Hier auch mit sehr viel Vorsicht genießen, weil eben auch, es ist Schädelansatz, es sind sehr viele Nerven da, gerade Migräne-Patienten, bei denen könnte es zu Problemen führen, wenn man da aufpasst. Allgemein ist eine Massage auch tabu, wenn die Person eben Kopfschmerzen oder Migräne hat, sowieso nicht massieren, weil dann macht es man eigentlich schon noch schlimmer als vorher. Wenn man der Person was Gutes tun will, dann eben auch nur an Tagen, an denen halt keinerlei Beschwerden da sind. Wenn ich nur Rücken, Nacken, Schulter mache, ja, natürlich auch im Nierenbereich ist mir Vorsicht zu genießen, dann ist es nicht so viel Druck da rangehen. Man kann leicht mit dem Handballen von der Wirbelsäule aus quasi leicht runterdrücken, seitlich runter, das ist in Ordnung. Sobald ich die Rippe spüre, mache ich dann Schluss. Das ist dann quasi mein Tabubereich, also mein Arbeitsbereich. Genau, das wären eigentlich die Punkte. Wir würden halt eben bei dem Nierenbereich seitlich nicht zu viel Druck ausüben. die in der Hübsche mit einem Schwarzstoffe zu kommen, Immer 싶은 Hübsche mit einer anderen kann ich das Schwarzschmerzen. Untertitelung des ZDF, 2020